Platon Sämtliche Dialoge Gelesen von Volker Braumann Mit einleitenden Essays versehen Von Otto Apelt und anderen Teil 7 Menon Oder über die Tugend Sämtliche Dialoge Die im Dialog auftretenden Personen sind Menon Sokrates Ein Sklave des Menon Und Anitos Es beginnt Menon Kannst du mir sagen, Sokrates, ob die Tugend lehrbar ist? Oder ist sie nicht lehrbar, sondern durch Übung zu erlangen? Oder wird sie den Menschen weder durch Übung noch durch Lehre, sondern von Natur oder sonst irgendwie zuteil? Nun, vor dem, mein Menon, waren die Thessalier berühmt unter den Hellenen und bewundert wegen ihrer Reitkunst und ihres Reichtums. Ja, das ist richtig. Jetzt aber sind sie es auch, wie mich denkt, wegen ihrer Weisheit. Oh. Und nicht am wenigsten die Mitbürger deines Freundes Aristipos in Larissa. Das verdankt ihr aber dem Gorgias. Denn nach seinem Einzug in diese Stadt gewann er sich ob seiner Weisheit die Zuneigung nicht nur der hervorragendsten unter den Aloiaden, zu denen dein Liebling Aristipos gehört, sondern auch unter den übrigen Thessaliern. Er ist es denn auch, der euch die Gewohnheit beigebracht hat, unbefangen und freimütig auf jede Frage zu antworten, die man an euch richtet, wie man es von Wissenden nicht anders erwartet. Stellte er es doch auch selbst jedem Hellenen, der es wünschte, frei, ihn über jedem beliebigen Gegenstand zu befragen. Und blieb keinem die Antwort schuldig. Hier in Athen dagegen ist umgekehrt eine Art Geistesdürre eingetreten. Und allem Anschein nach ist die Weisheit aus hiesigen Landen zu euch hinübergesiedelt. Ja, denn versuche nur einen der Unsrigen hier, diese deine Frage vorzulegen. Du wirst keinen finden, der dir nicht ins Gesicht lachen und sagen wird, mein Fremdling, du hältst mich wohl für einen Göttergünstling, da du mir zutraust zu wissen, ob die Tugend lehrbar sei oder auf welche Weise man ihrer teilhaftig werde. Ich aber weiß nicht nur nicht, ob sie lehrbar oder nicht lehrbar ist, sondern befinde mich selbst darüber in völliger Unwissenheit, was die Tugend überhaupt ist. Ich nun, mein Menon, befinde mich meinerseits in der nämlichen Lage. Ich bin, was diesem Punkt anlangt, ebenso arm an Auskunft wie meine Mitbürger und mache mir selbst Vorwürfe darüber, dass ich so völlig unwissend bin hinsichtlich der Tugend. Wovon ich aber nicht weiß, was es ist, wie sollte ich hinsichtlich dessen wissen, wie beschaffen es ist? Oder hältst du es für möglich, dass einer, der den Menon überhaupt nicht kennt, wisse, ob er schön oder reich oder von edler Geburt oder das Gegenteil davon sei? Hältst du das für möglich? Also ich nicht. Aber sag, mein Sokrates, weißt du wirklich nicht einmal, was Tugend ist? Und sollen wir das über dich auch daheim bei uns berichten? Ja, nicht nur dies, mein Freund, sondern auch, dass ich noch keinen anderen angetroffen habe, der meines Erachtens darüber Bescheid gewusst hätte. Wie? Bist du nicht mit Gorgias zusammen gewesen, als er sich hier aufhielt? Na doch, bin ich. Und er wusste deines Erachtens nicht Bescheid darüber? Mein Gedächtnis ist nicht besonders stark, mein Menon. Ich kann also im Augenblick nicht sagen, was ich damals für einen Eindruck hatte. Aber vielleicht weiß nicht nur er, sondern ja auch du Bescheid über das, was er sagte. Frische also meine Erinnerung darüber auf, wie er sich äußerte. Oder wenn es dir recht ist, gib selbst Auskunft. Denn offenbar stimmt deine Ansicht mit der Seinen ja zusammen. Na, so ist es. Sehen wir also von ihm ab, sobald er doch auch nicht zugegen ist. Du selbst aber bei den Göttern, mein Menon. Für was erklärst du denn die Tugend? Sage es ohne jeden Rückhalt, damit ich auf der glücklichsten Lüge ertappt werde, wenn es sich herausstellt, dass ihr, also du und Gorgias, Bescheid wüsst, im geraden Widerspruch mit meiner Behauptung, noch mit niemandem zusammengetroffen zu sein, der über die Sache Bescheid wüsste. Aber das lässt sich ja unschwer sagen, mein Sokrates. Erstens, wenn du die Mannestugend erklärt wissen willst, so besteht diese, wie leicht anzugeben, darin, dass der Mann die Fähigkeit besitzt, die Geschäfte des Staates zu führen und dabei seinen Freunden nützlich zu sein, seinen Feinden aber zu schaden und sich selbst wohl zu hüten, dass ihm nichts von der letzteren Art begegne. Handelt es sich aber um Frauentugend, so ist auch darüber die Auskunft nicht schwer. Eine gute Hausverwalterin muss die Frau sein, muss die Ordnung im Inneren des Hauses wahren und dem Manne gehorsam sein. Wieder eine andere ist die Tugend des Kindes, des weiblichen sowohl wie des männlichen und auch die des älteren Mannes, wobei es wieder darauf ankommt, ob es ein Freier oder ein Sklave ist. Und so gibt es noch mancherlei andere Tugenden, sodass es nicht an Stoff fehlt, um Auskunft darüber zu geben, was denn die Tugend ist. Denn je nach den Tätigkeiten und Lebensaltern bestimmt sich hinsichtlich eines jeden Geschäftes für einen jeden von uns die Tugend und ebenso auch meiner Meinung nach, mein Sokrates, die Untauglichkeit. Ah, oh, ein großes Glück, so scheint es, ist mir widerfahren, mein Menon. Ja, denn während mein Suchen auf eine Tugend gerichtet war, habe ich nun einen ganzen Schwarm von Tugenden gefunden, der sich bei dir festgesetzt hat. Aber, mein Menon, wenn du, um an dem Eid von dem Bienenschwarm festzuhalten, auf meine Frage, worin das Wesen der Bienen bestehe, sagen wolltest, es gebe deren viele und mancherlei, was würdest du antworten, wenn ich dich weiterfragte, ist denn deiner Meinung nach ihre Vielheit und Mannigfaltigkeit sowie die Verschiedenheit ihrer Arten darin begründet, dass sie Bienen sind? Oder ist dies ihr Bienensein durchaus kein Grund für ihre Verschiedenheit? Liegt vielmehr der Grund dieser Verschiedenheit in irgendetwas anderem? Ja, zum Beispiel in der Schönheit oder Größe oder sonst etwas Ähnlichem. Sage, was würdest du auf diese Frage antworten? Hm, meine Antwort würde so lauten, sie unterscheiden sich eine von der anderen durchaus nicht dadurch, dass sie Bienen sind. Ah ja, wenn ich nun weiter sagte, gib mir also eben das an, worin sie sich nicht unterscheiden, sondern sämtlich übereinstimmen. Was soll das deiner Meinung nach sein? Darüber könntest du mir doch wohl Auskunft geben. Jawohl. Gut. Das gleiche gilt denn auch von den Tugenden. Mag es ihre auch viele und mancherlei geben, so stehen sie doch alle unter Ein- und der Selben Begriffs Bestimmung, die den Grund dafür enthält, dass sie Tugenden sind. Und der Antwortende tut gewiss gut, auf diese sein Augenmerk zu richten, um so dem Fragenden Auskunft zu geben über das Wesen der Tugend. Oder verstehst du nicht, was ich meine? Oh, ich glaube dich wohl zu verstehen. Allein vollkommen im Klaren, so wie ich es wünschte, bin ich noch nicht über die Frage. Naja, steht es denn deiner Meinung nach nur mit der Tugend so, mein Menon, dass es eine andere gibt für den Mann, eine andere für die Frau und die übrigen? Oder verhält es sich auch mit Gesundheit, Größe und Kraft ebenso? Ist die Gesundheit des Mannes deiner Ansicht nach von der der Frau verschieden? Oder ist, wenn es sich einmal um Gesundheit handelt, der Begriff derselben überall derselbe? Mag sie sich bei einem Mann finden oder bei sonst wem? Was die Gesundheit wenigstens anlangt, so scheint sie mir bei Mann und Frau die Nämliche zu sein. Aha, nicht auch Größe und Kraft? Wenn ein Weib kräftig ist, wird sie dann nicht aufgrund desselben Begriffes und derselben Kraft kräftig sein? Mit diesem Ausdruck derselben meine ich es nämlich so. Für das Wesen der Kraft macht es keinen Unterschied, ob die Kraft sich bei einem Mann oder bei einer Frau findet. Oder scheint ihr ein Unterschied stattzufinden? Nein. Wird es dagegen für das Wesen der Tugend einen Unterschied machen, ob sie sich bei einem Knaben oder bei einem Greis oder bei einem Weibe oder bei einem Manne findet? Hm, ich kann mir nicht helfen, mein Sokrates, aber mir will es scheinen, als ob es damit nicht ganz dieselbe Bewandnis hätte wie in den genannten Fällen. Aha, wieso? Erklärtest du es nicht für Mannestugend, den Staat zu verwalten, für Frauentugend, das Haus gut zu verwalten? Hm, jawohl. Ist es nun möglich, den Staat oder das Haus oder sonst etwas gut zu verwalten, wenn man es nicht besonnen oder gerecht verwaltet? Gewiss nicht. Wer nun besonnen und gerecht verwaltet, wird dessen Verwaltung nicht auf Besonnenheit und Gerechtigkeit gegründet sein? Notwendig. Es gilt also dieselbe Anforderung an beide, an das Weib wie an den Mann, wenn sie tugendhaft sein sollen. Die Forderung nämlich der Gerechtigkeit und Besonnenheit. Hm, ja, allem Anschein nach, ja. Nun weiter, wird ein Knabe oder ein Greis, wenn sie zuchtlos und ungerecht sind, jemals als tugendhaft gefunden werden? Ha, niemals. Wohl aber, wenn sie besonnen und gerecht sind? Ja. Alle Menschen also sind auf die gleiche Weise tugendhaft. Aufgrund der nämlichen, ihnen innewohnenden Eigenschaften werden sie für tugendhaft befunden. Ah, ja, so scheint es. Offenbar wären sie aber nicht auf die gleiche Weise tugendhaft, wenn ihre Tugend nicht die nämliche wäre. Gewiss nicht. Da also die Tugend aller die nämliche ist, so strenge dein Gedächtnis etwas an und versuche zu sagen, was Gorgias darunter versteht und du mit ihm. Ha, was anderes als imstande zu sein, über Menschen zu herrschen, sofern du wenigstens eine einzige Bestimmung für alles wünschst. Ja, die wünsche ich allerdings. Aber besteht die Tugend eines Knaben, mein Menon, und eines Sklaven gleichfalls darin imstande zu sein, über ihre Gebiete zu herrschen? Und wer herrscht, scheint dir der noch ein Sklave zu sein? Nein, mein Sokrates, das kommt mir ganz unmöglich vor. Ja, es wäre ja auch wieder alle Vernunft, mein Bester. Du sagst es. Bedenke auch noch Folgendes, Ja, sprich? Zu herrschen imstande sein, sagst du. Ja. Müssen wir nicht dazu den Zusatz machen? Gerecht? Nicht aber ungerecht? Das ist allerdings meine Meinung, denn die Gerechtigkeit, mein Sokrates, ist Tugend. Die Tugend, mein Menon, oder eine Tugend? Wie meinst du das? Ach, wie bei irgendeinem beliebigen anderen Begriff. Ja, bei der Rundung zum Beispiel würde ich sagen, sie sei eine Figur. Nicht aber so schlechtweg sei sie die Figur. Der Grund aber dieser Ausdrucksweise ist der, dass es noch andere Figuren gibt. Na ja, und damit hast du auch vollkommen recht. Denn auch ich behaupte, dass es nicht bloß die Tugend der Gerechtigkeit, sondern auch noch andere Tugenden gibt. Ja. Was wären das für welche? Nenne sie, wie auch ich dir noch andere Figuren nennen könnte, wenn du es von mir wünschtest. Also, nenne auch du noch mir andere Tugenden. Nun, die Tapferkeit ist meiner Ansicht nach eine Tugend und die Besonnenheit und Weisheit und die Hochherzigkeit und noch gar viele andere. Abermals, mein Menon, sehen wir uns in der nämlichen Lage. Bei der Nachfrage nach einer Tugend haben wir wiederum viele gefunden, nur in anderer Weise als vorhin. Die eine aber, die allen diesen zugrunde liegt, sind wir nicht im Stande zu finden. Ja, mein Sokrates, ich bin noch nicht im Stande, wie du es verlangst, eine alles einzelne umfassende Tugend zu finden, entsprechend den anderen von dir beigebrachten Fällen. Das ist wohl begreiflich. Allein ich will, wenn es mir möglich ist, versuchen uns vorwärts zu bringen. Denn du siehst wohl ein, dass es sich mit allem folgendermaßen verhält. Gesetzt, mein Mähnern, es fragte dich jemand nach dem Wesen dessen, was ich vorhin anführte, nämlich der Figur. Ja, und du antwortetest ihm, sie sei Rundung. Und er fragte dann wie ich, ist Rundung die Figur oder eine Figur? So würdest du doch offenbar antworten, eine Figur. Allerdings. Doch wohl aus dem Grunde, weil es noch andere Figuren gibt? Ja. Ja. Und wenn er weiter fragte, was für welche? So würdest du sie ihn nennen? Na gewiss. Und wenn er ferner über die Farbe dieselbe Frage an dich richtete, also was sie ist, und du sagtest das Weiße und der Fragende erwiderte mit der weiteren Frage, ob das Weiße die Farbe oder eine Farbe sei. Ja, würdest du da nicht antworten eine Farbe? weil es ja auch noch andere Farben gibt? Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Und wenn er dich aufforderte, andere Farben zu nennen, so würdest du doch andere Farben nennen, die ebenso gut Farben sind wie das Weiße. Ja. Gesetzt nun, er behandelte die Sache so wie ich und sagte, wir stoßen immer auf eine Vielheit. Aber damit darfst du mir ferner hin nicht kommen, sondern da du diese vielen Dinge mit einem Namen bezeichnest und sagst, sie seien alle ohne Ausnahme Figur und und dies noch dazu trotz ihres Gegensatzes untereinander. Was ist denn nun also das, was ebenso gut das Runde wie das Gerade umfasst, also nämlich das, was du Figur nennst, und zwar so, dass du von dem Runden nicht weniger sagst, es sei eine Figur wie von dem Geraden. Oder meinst du es nicht so? Doch, doch. Wenn du nun diese Aussage machst, sagst du damit etwa, das Runde sei ebenso wohl gerade als rund? Oder das Gerade ebenso wohl rund als gerade? Das gewiss nicht, mein Sokrates. Aber dass es eine Figur sei, behauptest du doch ebenso gut von dem Runden wie von dem Geraden. Und umgekehrt. Ja, es ist so, wie du sagst. Was ist nun also das, dem dieser Name Figur zukommt? Versuche es anzugeben. Wenn du nun dem, der diese Frage, sei es über die Figur, sei es über die Farbe, an dich richtete, antwortetest, ich verstehe überhaupt nicht, was du willst, Mensch, und begreife nicht, was du sagst, so würde er wohl erstaunt sagen, du verstehst nicht, dass ich nach dem suche, was alle diese gemeinsam Gleiches an sich haben. Ja, oder würdest du, mein Menon, auch auf folgende Frage keine Antwort geben können, nämlich auf diese. Was ist beim Runden und Geraden und allem Übrigen, was du Figur nennst, das allen Gemeinsame Gleiche? Versuche es anzugeben, auf dass du dich dadurch gehörig vorbereitest zur Beantwortung der Frage über die Tugend. Nein, ein Sokrates, du musst es sagen. Ach, soll ich dir zu Willen sein? Na gewiss. Wirst du dann also bereit sein, auch mir über die Tugend Auskunft zu geben? Jawohl. So muss ich denn frisch ans Werk gehen. Oh, es lohnt sich ja auch. Ohne Zweifel. Wohl an denn. Lass uns versuchen, dir anzugeben, was Figur ist. Sieh also zu, ob du mit folgender Erklärung der Silben einverstanden bist. Es sei uns nämlich Figur dasjenige, was allein unter allem Seienden stets der Farbe nachfolgt. Genügt dir das? Oder wünschst du es irgendwie anders? Also ich nämlich wäre zufrieden, wenn du mir in dieser Weise Auskunft auch über die Tugend gäbest. Ja, ja, aber das hat keinen Sinn, mein Sokrates. Was meinst du damit? Na, dass nach deiner Erklärung Figur ist, was stets der Farbe nachfolgt. Nun, meinetwegen. Wenn aber einer erwiderte, er wisse nicht, was Farbe ist, sondern er sei darüber ebenso im Unklaren wie über die Figur, Tja, als was würde dir dann deine eben gegebene Antwort erscheinen, als reine Wahrheit? Und wenn der Frager einer von den Weisen und Widerspruchskünstlern und Streitrednern wäre? Ja, so würde ich zu ihm sagen, ich habe meine Antwort gegeben. Ist sie nicht richtig, so ist es an dir, das Wort zu ergreifen und die Widerlegung zu geben. Wünschen aber die Disputierenden, so wie wir jetzt, als gute Freunde ihre Sache zu führen, so ziemt es sich selbstverständlich freundlicher und dem eigentlichen Zweck der Wahrheitsforschung entsprechender zu antworten. Dies Letztere aber ist so zu verstehen, dass man nicht bloß die richtige Antwort gibt, sondern dies auch nur aufgrund dessen tut, was der Fragende zugestandenermaßen auch wirklich verstanden hat. Auch ich will dann versuchen, auf diese Weise mit dir zu reden. So sage mir denn, Menon, es gibt doch etwas, was man Ende nennt. Ich meine, etwas derart wie Grenze und Äußerstes. Alle diese Ausdrücke bedeuten, wie ich meine, ziemlich dasselbe. Prodigos würde vielleicht damit nicht einverstanden sein, aber du, glaube ich, brauchst den Ausdruck Begrenztheit ebenso wie den zu Ende sein. Das ist es, was ich sagen will. Ohne alle Vieldeutigkeit. Ja, so halte ich es mit der Ausdrucksweise. Hm, und ich glaube zu verstehen, was du meinst. Ah, sehr gut. Und weiter auch brauchst du doch von etwas den Ausdruck Fläche. Und von etwas anderem wieder den Ausdruck Körper, wie es bekanntermaßen in der Geometrie üblich ist. Hm? Na, gewiss? Hm? Aufgrund dessen also wirst du nun wohl begreifen, was ich mit Figur meine. Von jeder Figur nämlich behaupte ich, wo rein der Körper als in sein begrenzendes Auslaufe. Das sei Figur. Zusammenfassend also sage ich, Figur sei die Grenze des Körpers. Hm. Hm. Ja. Aber als was erklärst du die Farbe, mein Sokrates? Oh. Du treibst ein übermütiges Spiel, mein Menon. Nein. Nein, nein. Du belästigst einen alten Mann mit der Zumutung zu antworten. Du selbst aber lehnst es ab, dich zu besinnen und zu sagen, was denn eigentlich Gorgias unter Tugend verstehe. Hm? Du brauchst mir nur Auskunft zu geben, mein Sokrates. Dann werde ich sie dir auch geben. Ah, auch mit verhülltem Antlitz, mein Menon, könnte einer an der Art deiner Unterhaltung erkennen, dass du schön bist und noch Liebhaber hast. Ach ja. Mhm. Ja. Wieso? Nun ja, weil du in deinen Reden nichts anderes kennst, als Befehle erteilen, wie es die herrischen Lebemänner machen, als gewohnt zu gebieten, solange sie sich der Jugendblüte erfreuen. Ja. Und vielleicht hast du es auch mir schon angemerkt, dass ich männlicher Schönheit gegenüber nicht widerständig bin. Hm. Ich werde dir also zu Willen sein und antworten. Mhm. Ja. Das tue auf alle Fälle. Ist es dir nun recht, dass ich dir im Sinne des Gorgias antworte? Also auf eine Weise, die es dir am leichtesten macht, zu folgen? Ja, es ist mir recht. Wie sollte es auch nicht? Ja, wie sollte es auch nicht, ja. Sprecht dir nicht mit Empedoklis von gewissen Ausflüssen aller Dinge? Allerdings. Und von Poren, in welche und durch welche die Ausflüsse ihren Weg nehmen? Jawohl. Und von den Ausflüssen passen die einen, so sagt ihr, zu einigen unter den Poren, während die anderen entweder zu klein oder zu groß dafür sind. Hm? So ist es. Du sprichst doch auch von einem Sehvermögen. Hm? Gewiss. Hm. Daraus nun entnimm dir, was ich sagen will, um mit Pinder zu reden. Farbe nämlich ist der dem Sehvermögen entsprechende und wahrnehmbare Ausfluss der Körperflächen. Hm? Hm. Ich wüsste nicht, mein Sokrates, wie du eine bessere Antwort als diese hättest geben können. Ja, vielleicht deshalb, weil sie in der dir geläufigen Weise abgefasst ist. Zugleich denke ich, merkst du auch, dass du ihr gemäß auch das Wesen des Tones und des Geruchs und vieler anderer ähnlichen Erscheinungen deuten kannst. Zweifellos. Ja, mein Menon, die Antwort hat etwas von dem Tone der Tragödie an sich. Ja, und deshalb gefällt sie dir auch besser als die über die Figur. Hm, allerdings. Indes meiner Überzeugung nach, du Sohn des Alexidemos ist nicht sie, sondern jene über die Figur die bessere. Ich glaube aber, auch du würdest diese Ansicht teilen, wenn du nicht, wie du gestern sagtest, genötigt wärst, vor der Mysterienfeier abzureisen, sondern wenn du da bliebest und die Weihen empfingest. Ach, nun, mein Sokrates, das würde ich trotz jener Äußerung tun, wenn du mir vieles von dieser Art mitteilen wolltest. Äußerung Nun, an gutem Willen soll es meinerseits nicht fehlen, dir dergleichen mitzuteilen. Nicht nur in deinem, sondern auch in meinem Interesse. Allein ich fürchte, ich werde nicht imstande sein, dir vieles dergleichen mitzuteilen. Aber wohl an, versuche auch du dein Versprechen zu lösen. Gib mir die Erklärung von dem Wesen der Tugend als eines Ganzen und mache nicht immer wieder aus dem einen Vieles, um in der Sprache derer zu reden, die sich vorkommenden Falles über diejenigen lustig machen, die etwas zerbrechen. Nein, ganz und heil muss sie bleiben. Und auf diese Weise musst du angeben, was die Tugend ist. Die Beispiele dafür habe ich dir ja gegeben. Nun gut, es scheint mir denn, mein Sokrates, die Tugend gemäß dem Dichterspruch darin zu bestehen, dass man sich des Schönen erfreut und desselben mächtig ist. Und so verstehe ich sich denn unter Tugend dies, ja was? Das, voll Begier nach dem Schönen, im Stande zu sein, es sich zu verschaffen. Ah, meinst du das so, dass wer das Schöne begehrt, nach dem Guten begierig ist? Ja, na sicherlich. Etwa in der Meinung, dass es manche gibt, die das Schlechte und wieder andere, die das Gute begehren? Hm, hm, sollten nicht alle mein Bestor das Gute begehren? Hm, glaubst du das nicht? Nun ja, nein, glaubst du vielmehr, dass manche das Schlechte begehren? Ja, weil sie das Schlechte für gut halten? Das ist doch wohl deine Meinung? Ja. Oder begehren sie etwa das Schlechte trotz der Erkenntnis, dass es schlecht ist? Hm, beides wie ich glaube. Doch, glaubst du wirklich, mein Menon, dass einer, der das Schlechte als Schlechtes erkennt, gleichwohl dasselbe begehre? Na ganz gewiss. Aha, worauf zielt denn das Begehren deiner Meinung nach ab? Doch wohl darauf, dass man der Sache teilhaftig werde. Jawohl, denn worauf denn sonst? Naja, aber geschieht dies im Glauben, dass das Schlechte dem nutze, dem es zuteil wird? Oder in der Erkenntnis, dass das Schlechte dem schadet, dem es sich beigesellt? Ach, bei manchen wohl in dem Glauben, das schlechte Nütze, bei anderen dagegen in der Erkenntnis, dass es schadet. Meinst du auch, dass diejenigen, die glauben, das schlechte Nütze, die Erkenntnis haben, dass das Schlechte schlecht ist? Nein, das scheint mir schlechterdings unmöglich. Ah ja, also ist es doch klar, dass diese Leute, diese Nichtkenner des Schlechten, nicht das Schlechte begehren, sondern das jenige, was sie für gut halten, während es tatsächlich schlecht ist. Mithin begehren diejenige, die es nicht kennen und es für gut halten, offenbar das Gute. Oder nicht? Nun, was diese anlangt, dürfte es sich wohl so verhalten, ja. Ja, diejenigen aber nun, die das Schlechte deiner Meinung nach begehren und dabei doch überzeugt sind, das Schlechte schade demjenigen, dem es widerfährt, diese sind sich doch offenbar klar darüber, dass sie dadurch Schaden leiden werden. Notwendig. Aber sind eben diese nicht der Meinung, dass wer Schaden leidet, beklagenswert ist, insoweit er Schaden leidet? Auch das ist notwendig. Und halten sie die Beklagenswerten nicht für unglückselig? Unglückselig? Ja, so scheint es mir. Sollte es nun einen geben, der wünscht, beklagenswert und unglückselig zu sein? Nun, das schwerlich, mein Sokrates. Ja, niemand also, mein Menon, wünscht sich das Schlechte. Niemand. Es sei denn, er wünsche ein Unglückseliger zu sein. Denn was heißt beklagenswert sein denn anderes als das schlechte begehren und es zu seinem Besitz zu machen? Ja, du scheinst recht zu haben, mein Sokrates. Keiner wünscht für sich das Schlechte. Keiner. Sagtest du nicht erst vorhin, die Tugend besteht darin, dass man das Gute begehrt und desselben mächtig ist? Ja, das sagte ich. Ist bei diesem Wortlaut nicht das Begehren des Guten bei jedermann vorhanden? Sodass in dieser Beziehung wenigstens keiner besser ist als der andere? Allem Anschein nach. Dann aber ist es klar, dass wenn einer besser ist als der andere, dieser Vorzug darauf zurückzuführen ist, dass er des Guten mächtig ist. Hm, allerdings, es besteht also, wie es scheint, nach deiner Erklärung, die Tugend in der Macht, sich das Gute zu verschaffen. Hm, diese deine jetzige Annahme scheint mir in jeder Beziehung das Richtige zu treffen. Lass uns also auch dieses daraufhin prüfen, ob du damit die Wahrheit sagst. Hm, du behauptest, die Tugend bestehe darin, dass man imstande ist, sich das Gute zu verschaffen. Jawohl. Als Gutes aber bezeichnest du doch zum Beispiel Gesundheit und Reichtum. Hm? Auch den Besitz von Gold verstehe ich darunter und von Silber und von Ehrenstellen im Staat und von Ämtern. Hm, dergleichen und nichts anderes verstehst du doch unter dem Guten. Nichts anderes, sondern alles dergleichen verstehe ich darunter. Gut denn, der Erwerb von Gold also und von Silber ist Tugend, wie Menon, der väterliche Gastfreund des Großkönigs behauptet. Bezeichnest du die Art dieses Erwerbs noch weiter durch Worte wie Gerecht und Gott gefällig? Oder kommt es dir darauf nicht an? Nennst du ihn vielmehr unterschiedslos Tugend, auch wenn er sich auf ungerechte Weise vollzieht? Das denn doch nicht, meint Sokrates. Vielmehr Schlechtigkeit? Unbedingt. Es darf also, wie es scheint, dieser Erwerb nicht anders als mit Gerechtigkeit oder Besonnenheit oder Frömmigkeit oder sonst einem Teil der Tugend vor sich gehen? Ja, andernfalls wird er keine Tugend sein. Mag er auch zum Guten verhelfen? Ja, denn wie wäre denn Tugend möglich ohne diese Eigenschaften? Ja, aber kein Gold und Silber erwerben, weder für sich noch für einen anderen, wenn es nicht gerecht dabei zugeht, ist solcher Verzicht auf Erwerb nicht auch Tugend? Ja, so scheint es wohl. Der Verzicht also auf den Erwerb solcher Güter wäre danach ebenso gut wie der Erwerb derselben. Und es steht mit der Sache wie es scheint vielmehr so. Was mit Gerechtigkeit geschieht, wird Tugend sein. Was aber ohne alles Dahingehörige geschieht? Schlechtigkeit. Hm, deine Behauptung scheint mir unwidersprechlich zu sein. Schön, aber erklärten wir nicht kurz vorher jede einzelne dieser Eigenschaften für einen Teil der Tugend? Also die Gerechtigkeit und Besonnenheit und alles von dieser Art? Ja, das taten wir. Tja, dann hast du mich wohl zum Besten, mein Menon. Äh, wieso, mein Sokrates? Nun ja, weil du ungeachtet meiner eben erst an dich ergangenen Bitte, die Tugend nicht zu zerreißen und zu zerstückeln und trotz der Beispiele, die ich für die erforderliche Antwort gegeben habe, dich nicht daran kehrst, sondern vielmehr behauptest, es sei Tugend imstande zu sein, sich das Gute zu verschaffen mit Gerechtigkeit. Welch letztere du doch für einen Teil der Tugend erklärst? Ah, ja, allerdings. Aus dem, was du zugestehst, folgt doch aber, es sei Tugend, wenn man mit einem Teile der Tugend seine Handlungen vollzieht. Denn die Gerechtigkeit erklärst du ja für einen Teil der Tugend, wie alles dahingehörige. Was meinst du damit? Nun, ich meine damit dies. Trotz meiner Bitte, die Tugend als Ganzes zu bestimmen, erklärst du sie ihrem eigentlichen Wesen nach nicht im Mindesten, sondern behauptest du vielmehr, jede Handlung sei Tugend, wenn sie mit einem Teil der Tugend vollzogen wird. Als hättest du die Tugend bereits als Ganzes bestimmt und als ob ich ohne weiteres das nötige Verständnis haben würde, auch wenn du sie in Teile zerstückelst. Du siehst dich also, mein lieber Menon, wie mich düngt, abermals zum Anfang zurückgedrängt, nämlich zu der Frage, was ist Tugend? Wenn jede mit einem Teil der Tugend zusammenhängende Handlung Tugend dies besagt doch die Aussage dessen, der behauptet, dass jede Art von Handlung, die mit Gerechtigkeit vollzogen wird, Tugend ist. Oder meinst du, es bedürfe nicht noch einmal der nämlichen Frage, sondern um das Wesen eines Teiles der Tugend zu kennen, brauche man nicht erst sie selbst zu kennen. Das ist nicht meine Meinung. Darum verwarfen wir ja auch, wie du dich erinnern wirst, als ich dir vorhin Auskunft gab über die Figur eine derartige Antwort. Eine Antwort, die mit Hilfe des erst gesuchten und noch nicht zugestandenen ihre Aufgabe zu erfüllen sucht. Ja, und das mit vollem Recht, mein Sokrates. Also darfst auch du, mein Bester, dich nicht der Meinung hingeben, du könntest bei noch unerledigter Untersuchung über das Wesen der Tugend als eines Ganzen durch eine auf die Teile sich stützende Antwort die Tugend irgendeinem klar deuten. Oder du könntest überhaupt irgendetwas anderes durch eine derartige Ausführung einem zu klare Erkenntnis bringen. Vielmehr musst du dich überzeugt halten, dass es abermals der nämlichen Frage bedürfen wird. Was für ein Begriff der Tugend dir bei deinem betreffenden Behauptungen vorschwebt? Oder hältst du meine Worte für unberechtigt? Nein, du scheinst mir Recht zu haben. Na also, dann antworte also wieder ganz von vorn. Wofür erklärst du und dein Genosse die Tugend? Mein Sokrates, ich hörte schon vor meinem Zusammensein mit dir, dass dein ganzes Tun und Treiben darauf hinausläuft, selbst wie in der Irre zu gehen und die anderen an sich irre zu machen. Und ich müsste mich sehr täuschen, wenn du jetzt mich nicht beheckst und bezauberst und völlig in deine Gewalt bringst, sodass ich nicht mehr aus- und einweis, und im Scherze zu reden, es kommt mir vor, als wärst du, was dein Antlitz und sonstiges Wesen anlangt, zum Verwechseln ähnlich jenem breiten Meerfisch, dem Zitterrochen, denn auch dieser macht jeden, der ihn nahe kommt und ihn berührt, erstarren. Etwas derart hast auch du denn, wie mich düngt, jetzt mir angetan. Du hast mich erstarren gemacht. Ja, denn tatsächlich bin ich starr an Seele und Mund und weiß nicht, was ich antworten soll. Und doch habe ich, wer weiß, wie oft über die Tugend die mannigfassten Reden gehalten, auch vor großen Versammlungen und wie ich mir einbildete immer recht gut. Und jetzt, jetzt weiß ich nicht einmal, was sie überhaupt ist. Und es will mir scheinen, du tust gut daran, dich von hier weder zu Schiff noch zu Lande zu entfernen. Ach, sag an. Ja. Warum? Denn wenn du als Fremder in einer anderen Stadt dir dergleichen erlaubt ist, so würdest du wohl als und hättest mich beinahe übertöpelt. Übertöpelt? Wieso denn, mein Sokrates? Ich merke wohl, weshalb du das Bild für mich einführtest. Ach so. Nun, weshalb denn, meinst du? Na, damit ich meinerseits wieder ein Bild für dich einführe. Ich weiß es ja von allen Schönen. Sie haben ihre Freude daran, wenn man in Bildern von ihnen redet. Denn sie kommen dabei auf ihre Rechnung. Denn schön sind, denke ich, auch die Bilder der Schönen. Allein ich werde keinen Gegenvergleich für dich machen. Was mich aber anlangt, so trifft der Vergleich von mir mit dem Zitterrochen allerdings dann zu, wenn dieser Fisch bei seiner starr machenden Wirkung auf die anderen auch selbst starr wird. Wo nicht? Dann nicht. Denn wenn ich die anderen ratlos mache, so tue ich das nicht auf Grund eigener Wohlberatenheit. Nein, wenn ich die anderen ratlos mache, so bin ich selbst dabei schlechterdings ratlos. So weiß ich auch jetzt betreffst der Tugend nicht, was sie eigentlich ist. Du aber wusstest es ja vielleicht vor deiner Berührung mit mir. Jetzt dagegen nimmst du dich aus wie ein Nichtwissender. Gleichwohl will ich im Verein mit dir erwägen und untersuchen, was sie denn eigentlich ist. Und auf welche Weise willst du denn, mein Sokrates, die Untersuchung anstellen über einen Gegenstand, von dem du überhaupt nicht weißt, was er ist? Denn als wie beschaffen soll man sich denn ein Ding, das man überhaupt nicht kennt, vorstellen, um es zu untersuchen? Oder lass auch den günstigsten Fall eintreten, nämlich den, dass du es zufällig träfest. Woran willst du denn erkennen, dass es das ist, was du ja nicht kanntest? Ich verstehe, was du sagen willst, mein Menon. Merkst du, dass es der bekannte Satz der Widerspruchskünstler ist, auf den du damit zu sprechen kommst? Der Satz nämlich, dass es dem Menschen nicht möglich ist, zu forschen, weder nach dem, was er weiß, noch nach dem, was er nicht weiß. Denn weder nach dem, was er weiß, wird er forschen, denn er weiß es ja, und wer in dieser Lage ist, bedarf keiner Nachforschung, noch nach dem, was er nicht weiß, denn er weiß ja gar nicht, wonach er forschen soll. Ja, hältst du diesen Satz nicht für richtig, mein Sokrates? Nein, ich nicht. Ach so, oh, kannst du sagen, weshalb? Jawohl, denn ich habe von Männern und Frauen, die Bescheid wissen, mit den göttlichen Dingen verkünden, hören, dass, dass, ja, Sokrates, welche Kunde Kunde denn, hm? Nun, eine Ware, wie mich dünkt, und eine Schöne, hm, schön, schön, und welche wäre das? Und wer sind die Kündenden? Nun, es sind diejenigen unter den Priestern und Priesterinnen, die Wert darauf legen, Rechenschaft ablegen zu können über ihre Berufstätigkeit. Ja, es kündet es aber auch Pindar, wie noch zahlreiche andere Dichter, so viele ihrer des Gottes voll sind. Was sie aber sagen, ist folgendes. Doch, mein Menon, merk auf, ob sie dir auch die Wahrheit zu sagen scheinen, ja? Sie sagen nämlich, die Seele des Menschen sei unsterblich. und abwechselnd scheide sie ab, was man dann sterben nennt, und lebe dann wieder auf. Zugrunde aber gehe sie niemals. Darum müsse man ein möglichst gottgefälliges Leben führen. Denn wer an Persephone Buße zahlt für alte Schuld, des Seele gibt sie nach neun Jahren wieder Licht. Da werden heere Fürsten aus ihnen und mächtige Herrscher und weisheitsvolle Männer. In alle Zukunft aber preist sie der Menschen Mund als heilige Heron. Da also die Seele unsterblich und oft wieder erstanden ist und was hier auf Erden und was im Hades ist kurz alle Dinge geschaut hat, gibt es nichts, was ihr unbekannt wäre. Mithin ist es kein Wunder, wenn sie imstande ist, auch hinsichtlich der Tugend und anderer Dinge, sich wieder zu erinnern an das, was sie ehedem ja doch wusste. Denn da die ganze Natur in innigem Zusammenhang steht und die Seele mit allem bekannt geworden ist, so hindert nichts, dass man, wenn man sich nur an eines wieder erinnert, was die Leute dann lernen nennen, auch alles andere wieder auffindet, wenn man nur den Mut nicht verliert und die Mühe des Forschens nicht scheut. Denn, mein Menon, das Suchen und Lernen ist eben durchweg wieder Erinnerung. Also jenem eristischen Satz muss man den Glauben versagen. Denn er würde uns nur träge machen und hat für Weichlinge allerdings einen verführerischen Klang. Der meinige dagegen regt zu Arbeit und Forschung an. Ihn halte ich denn für wahr und in diesem Vertrauen will ich mit dir untersuchen, was die Tugend ist. Ja, mein Sokrates, aber wie meinst du es damit, dass wir nicht lernen, sondern dass dies sogenannte Lernen Wiedererinnerung sei. Kannst du mich darüber belehren, dass es sich tatsächlich so verhält? Sagte ich nicht eben erst, mein Menon, du seist ein Schelm? Und jetzt fragst du mich, ob ich dich belehren kann, ungeachtet meiner Versicherung, es gebe kein Lernen, sondern nur Wiedererinnerung. Offenbar also hast du es sehr eilig damit zu zeigen, dass ich mir selbst widerspreche. Gott bewahre mein Sokrates, meine solche Absicht lag mir ganz fern. Wenn ich so sprach, so folgte ich nur meiner gewohnten Art. Aber wenn du mir irgendwie klarmachen kannst, dass es sich so verhält, wie du sagst, so halte nicht zurück damit. Nun, leicht ist es eben nicht. Doch will ich um deinen Willen mich entschlossen ans Werk machen. Aber rufe mir irgendeinem beliebigen aus deinem zahlreichen Gefolge hierherbei, ja? Damit ich es dir an ihm klarmache. Gern. Hey, Sklave, Busch, komm mal hierher. Menon. Ja, mein Sokrates? Sag, ist er ein Grieche und spricht er Griechisch? Wie sollte er nicht? Gehört er doch von Geburt an zu meinem Hause. Ah, gut. Merk also genau auf, was von beidem auf ihn zutrifft. Also, ob er sich wieder erinnert oder ob er die Sache von mir lernt. Nun, mein Sokrates, an Aufmerksamkeit soll es meinerseits nicht fehlen. Lust bekommen, das ganze Hörbuch zu hören? Dann schau doch mal auf meine Website sprecher-volkerbraumann.de Dort wirst du fündig. Oder schau gleich auf die näheren Informationen zu diesem Video hier auf YouTube. Hier, wie auch auf meiner Website, findest du übrigens noch weitere Dialoge von Platon. Viel Spaß beim Hören und Erkennen!